Dortmund ist die Mannschaft, gegen die Sie noch nicht gepumptet haben. Muss ich das jetzt auch noch sagen? Ist das jetzt besondere Ansporn? Besondere Ansporn? Ich habe mir überlegt, ob ich ein Stadion gehe am Samstag. Nein, es ist gotzerbärmlich natürlich. Das ist furchtbar. Aber es ist nur symbolisch furchtbar, weil es ist ja nur ein Spiel. Und da Sie gesagt haben, das ist die einzige Mannschaft, in der sie noch keinen Punkt geholt haben, haben wir offensichtlich gegen alle anderen Mannschaften Punkte geholt. Das ist ja dann auch schön. Fakt ist, in der Konstellation, wie wir da sind, das sind ja genauso meine Mitredner schuld, und alle Spieler, die die ganze Jahre hier gespielt haben, alle. Und wenn einer nur eine Minute gespielt hat, haben wir ihn zehnmal gekickt, oder? Muss ich jetzt noch? Elf, elfmal. Super. Dann haben wir noch keinen Punkt geholt. Elf Spiele, keinen Punkt. Das ist nicht gewöhnlich. Und da kommt ja auch wieder die Statistik ins Spiel. Jetzt? Na, jetzt habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, wenn es stimmt, doch wieder nicht, was ich gesagt habe. Dass die Wahrscheinlichkeit größer ist. Es ist nur beim Würfeln, beim Kicken nicht. Und da kommt ja auch weiter. Untertitelung des ZDF, 2020